Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute sprechen wir mal über die verschiedenen Möglichkeiten, die uns die binauralen Beats bringen. Und sind denn alle gleich oder kommt es doch noch auf viele andere wichtige Faktoren im Außen an? Unser Experte heute ist Andreas Berndknecht und ich freue mich sehr, mit ihm über dieses spannende Thema heute sprechen zu dürfen. Hallo Andreas. Hallo Corinna, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Gerade bei dem Thema binauralen Beats kennen wir ja jetzt überall, wird darüber gesprochen. Dann gibt es natürlich auch Anbieter, die haben das dann irgendwie auf Plattformen veröffentlicht und man hört dann Töne. Man weiß aber gar nicht, funktionieren die jetzt oder brauche ich da verschiedene technische Möglichkeiten. Ich würde einfach mal gern mit dir generell über dieses Thema sprechen, binaurale Beats. Was ist das überhaupt? Hype, oder? Hype, ja genau. Also wir sehen das ja, wir haben ja im Prinzip, kann man sagen, in Deutschland sind wir so, die das ja so salonfähig gemacht haben. Oder im deutschsprachigen Raum. Und ich mache das ja schon seit 20 Jahren. Ich habe da schon 2009 mit angefangen. Da gab es überhaupt gar nichts auf dem Markt. Und dann haben wir ja mit die Emma Monix 2017 das über Webinare, über Außenwirkungen getragen. Und seit 2017 hat dann so ein Trend begonnen, dass es mittlerweile ganz viele Anbieter von binauralen Beats gibt. Und das erschreckt mich ein bisschen, weil ich das so sehe, dass einige einfach auf den Zug springen und damit Geld verdienen. Wir machen ja auch Umsatz. Das ist ja legitim. Allerdings werden den binauralen Beats Funktionen zugeschrieben, die so definitiv nicht stimmen. Und das versuchen wir jetzt gerade in die Klarheit zu bringen, in die Wahrheit und zu verstehen, was können binaurale Beats und was können die eben nicht. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ja, was sind überhaupt binaurale Beats, wenn du es mal so wirklich erklären würdest für jemanden, für den es jetzt wirklich Neuland ist? Das kommt ja aus, der Begriff binaural Beats kommt aus dem Englischen. Also das ist im Prinzip an zwei Ohren, hört man unterschiedliche Töne. Und das Interessante ist aber der Hintergrund davon. Und zwar ein deutscher Physiker, der hat 1839 das bereits in seinem Physikbuch im dritten Band beschrieben. Die haben damals mit Tönen gearbeitet und die haben festgestellt, wenn man an einem rechten Ohr und am linken Ohr Töne direkt anlegen, die leicht unterschiedlich sind. Und unterschiedlich heißt eine unterschiedliche Schwingung. Das heißt, ich mache es mal bei einer Frequenz von 200 Hertz. Das heißt, das sind 200 Schwingungen, die hier ankommen auf dem Ohr, am Trommelfell. Und hier 203. Dann sind das drei Hertz Unterschied. Und wenn die sehr dicht beieinander liegen, dann ist das menschliche Hörvermögen nicht in der Lage, zwei Töne zu hören. Und dann haben die festgestellt, dass die Menschen so ein komisches Klopfen im Kopf hatten. Also so ein schwingenden, wabbernd manche. Das ist unterschiedlich. Das ist wie so ein komisches Brummen. Und bei drei Hertz heißt es, es ist dreimal pro Sekunde. Das ist wie so ein Ton, der da ist. Und das Interessante ist, das ist gar kein Ton. Und das weiß man heute. Und das wird oft erklärt, der binaurale Ton. Aber den gibt es eigentlich gar nicht. Sondern es ist dieser Unterschied. Und es gibt hier zwei kleine Kerne in den Gehörgängen. Die sind da drin und die brauchen wir, um Geräusche zu lokalisieren. Das heißt, wenn zum Beispiel von rechts ein Ton kommt, dann kommt der ja zuerst am rechten Ohr an. Und bis der da hinten irgendwo reflektiert kommt, kommt der im Bruchteil Millisekunden später am linken Ohr an. Und aufgrund dieser kleinen Unterschiede wissen wir, das Geräusch kommt von da. Oder von da. Das ist faszinierend, was wir da können. Und genau diese kleinen Kerne, die fangen an, in dieser Schwingung zu schwingen. Zum Beispiel drei Hertz. Wenn man sich jetzt diese Töne hört, man legt sich hin, macht die Augen zu, dann passt das Gehirn sich dieser Schwingung an. Das wären in dem Fall drei Hertz. Dauert so sieben bis elf Minuten im Schnitt. Und das würde bedeuten, dass man dann bei drei Hertz im Tiefschlaf ist. Das ist der Delta-Bereich. Da gleitet man einfach hin. Also normaler Prozess, den man sonst, wenn man sich ins Bett legt, manchmal ewig braucht. Das heißt, das Gehirn durchwandert alle Frequenzen bis in diesen Bereich und ich schlafe. Das ist normal. Genau das machen binaurale Beats. Mehr können die nicht. Das ist eins, was die können. Die haben keine Wirkung. Die verändern nicht die Lebensqualität. Die bringen mir keine Problemlösung. Und genau das wird binauralen Beats aber oft zugeschrieben. Und genau damit versuchen Menschen dann Produkte zu verkaufen, die das gar nicht können. Wir nutzen binaurale Beats, um das Gehirn in den Zustand zu bekommen, wo ich es haben will. Meditation, zum Beispiel Tiefschlaf oder REM-Phase. Wir haben ja was zum Thema Schlafen. Oder zum Beispiel im Alpha-Zustand. Wir haben Audio-Teile, die sind im Alpha-Zustand, weil ich dort etwas visualisieren soll. Das heißt, das sind dann unterschiedliche Frequenzen. Und ich mache das so lange. Es ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel das bei 1,5 oder 2,5 Hertz hat oder 6,4 oder 5,9. Da passieren unterschiedliche Dinge im Organismus. Und wenn man das Wissen nicht hat, halte ich das für eine gefährliche Sache, denen etwas zuzuschreiben, was sie nicht können. Und dann wundern sich die Menschen, warum es nicht funktioniert. Im Prinzip wird dadurch der ganze Bereich quasi schlecht gemacht. Okay. Hängt das auch mit der Qualität zusammen? Also brauche ich es in einem gewissen Format, die Datei, dass ich es gar nicht so im Internet einfach so abspielen lassen kann? Das ist jetzt sekundär erst mal. Da reicht eine MP3-Datei. Das reicht aus. Das Entscheidende ist die Methode. Und das ist ja das, was wir haben auch mittlerweile schützen lassen. Und das ist ein Erfahrungsschatz bei mir aus 40 Jahren, aus extremsten Lebenssituationen. Also das, was ich dort gelernt habe. Und ich bin da ein, ich habe zweieinhalbtausend Bücher gelesen in meinem Leben. Ich habe Seminare. Ich habe krasse Lebenssituationen. Und ich bin der, der alles anwendet. Ich habe alles ausprobiert. Bei mir ist das so, wenn ich ausprobiere, immer bis ins Extrem. Also ich teste das bis über die Grenzen hinaus. Und dann gewinne ich meine Erkenntnisse und sage, was funktioniert, was nicht. Was ist sinnvoll? Und dadurch ist natürlich ein unglaubliches Wissen entstanden, das alles quervernetzt ist. Aus der Neurobiologie, aus der Neurogenese, Psychologie, Mythologie, Astrologie, alles das. Und wenn man das mal sieht, ist es eigentlich egal, welchen Bereich man nimmt. Das ist nur unterschiedliche Blickwinkel. Und ich habe die Fähigkeit, das so zusammenzupacken und daraus zum Beispiel Texte zu machen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die wir quasi mithilfe dem binauralen Beats, das Unterbewusstsein öffnen, weil der Verstand deaktiviert ist. Und in dieser Zeit kommen diese Texte ins Unterbewusstsein und lösen dort Probleme. Ich beginne mich selbst zu lieben. Ich verliere zum Beispiel die Angst, die ganz tief sitzt, kann Blockaden lösen. Das ist die Methode, auf die es ankommt. Die binauralen Beats ist der Träger. Und dann ist die Methode, das ist so wie beim Radio, wenn ich eine Frequenz ausstrahle, 87,5 Megahertz, das ist irgendein Sender. So, den kann ich empfangen. Wenn aber der Radiosprecher nichts sagt, höre ich nichts. Da kann ich das stundenlang zuhören. Die Frequenz kommt an. Ich brauche den Radiosprecher. Und so ähnlich ist diese Methode, die wir mit den binauralen Beats dahin bringen, wo sie hin muss. Was habt ihr alles für Methoden mittlerweile entwickelt? Also wo kann ich überall dieses professionelle Umsetzen mit dem Hintergrund? Wir hatten ja am Anfang, als wir begonnen haben, hatte ich mit dem Dennis Erg und ich. Wir haben das ja gegründet zu zweit. Und da war immer der Punkt, sagen wir müssen uns spezialisieren. Da habe ich immer gesagt, Dennis, das hat alles mit dem Unterbewusstsein zu tun. Das heißt, wir haben eine Methode, die funktioniert bei jedem, weil jeder Mensch nur Unterbewusstsein hat. Es ist jeder Lebensbereich betroffen. Und wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, alles, was wir an Problemen haben, aber auch, was wir positiv erschaffen wollen, muss zunächst im Unterbewusstsein drin sein. Wie innen, so außen. Das Gesetz der Anziehung, das Spiegelgesetz, die großen Schöpferkraft, was Gott ist. Alles das kann man beim Menschen über das Unterbewusstsein beschreiben. Das ist auch ein Teil der klassischen Psychologie. Und wenn man natürlich Ängste hat, Schlafstörungen, finanzielle Probleme, abnehmen, völlig gleich. Zu all diesen Bereichen haben wir diese Lösungen. Und es beginnt immer im Unterbewusstsein. Und genau, wenn man das dann weiß, nutzt man die Binauralen Bits als Träger, um diese Methode, die DMH-Methode, hinzubringen und von innen raus den Änderungsprozess herbeizuführen. Was unterscheidet eure Methode jetzt zu den anderen Geschichten, wo du sagst, okay, das kommt einfach nicht an im Körper, da passiert nichts? Das ist so wie beim Radiolestpunkt. Das heißt, ich habe zwar eine Frequenz, der desendet, niemand spricht, ich höre nichts. Und das heißt, diese Binauralen Bits sind genial, um das Bewusstsein hinzukriegen in den Bereich, wo ich es haben will. Zum Beispiel in den Meditationsbereich, in den Tiefschlaf, in die Traumphase. Und das kann ich steuern über diese Töne, diesen Binauralen Effekt. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel eingeschlafen bin, ist der Verstand deaktiviert und das Unterbewusstsein ist geöffnet. Und das Unterbewusstsein hat ungefähr eine Million Mal die Aufnahmefähigkeit höher als im Tagesbewusstsein pro Sekunde. Und deswegen ist es auch so gefährlich, einzuschlafen, wenn man Fernsehen schaut. Man schläft nämlich ein, aber alles kommt an. Man nimmt das alles auf. Und das prägt einen unbewusst. Man kann das noch nicht mal ablehnen. Das sind auch die Suggestionen. Subliminale Wirkungen zum Beispiel von Werbung. Unterschwellige Botschaften. Das sind alles Sachen, die man ins Unterbewusstsein Inhalte reinbekommt. Oder Leute zum Beispiel unter Druck setzen. Das ist eine Möglichkeit, dass das Unterbewusstsein öffnet. Parallel gebe ich die Informationen rein, die ich haben will. Und das ist der negative Effekt. Den kann ich positiv aber genauso nutzen. Und wenn man jetzt weiß, wie muss man so etwas formulieren. Und das muss kompatibel sein zu dem, wie unser Unterbewusstsein funktioniert. Und das hat mit der Seele zu tun, mit der Fähigkeit, wie das Unterbewusstsein Sachen verarbeitet. Und das ist eine Gabe, die ich habe, das so zu formulieren, dass das quasi eins zu eins angenommen und positiv sich umsetzen kann. Und wenn man jetzt mal die Bibel sieht, da ist alles drin. Das ist von dem, was Jesus gesprochen hat. Und zwar ist das von dem zum Beispiel, dass dieses Saatgut, manches fällt auf den Stein und geht nicht auf, manches verdörrt in der Sonne, manches fällt unter die Disteln. Und manches fällt auf fruchtbaren Boden. Und der fruchtbare Boden ist das Unterbewusstsein, der Dr. Joseph Murphy beschreibt das. Das heißt, im Prinzip ist das so ein Acker und das Saatgut, was du reingibst, geht irgendwann auf. Und wenn du natürlich Hafer säst, wirst du wahrscheinlich keinen Weizen später ernten können. Und so ist das mit uns auch, das, was wir hineingeben, ernten wir später. Das Gesetz von Saat und Ernte. Und genau diese Sachen, die machen wir uns zunutze, um das Gute reinzustreuen, was ich haben will, Altes aufzulösen, und das Unkraut zu entfernen, das ist diese DMH-Methode, die wir haben. Super. Und die habe ich dann im Bereich Gewichtsreduktion, Meditieren. Wir haben natürlich im Moment, das haben wir jetzt zu diesem Thema, was im Moment außen so aktuell ist, wo viele Menschen Angst haben. Da haben wir zu Beginn, das war schon im März 2020, haben wir uns entschieden, eine Audiodatei zu machen. Die geben wir auch kostenfrei raus. Die verkaufen wir gar nicht. Die hat speziell damit zu tun, diese Ängste aufzulösen. Ganz tief. Die ist genau darauf ausgerichtet. Also Ängste, ganz groß. Also was uns die Menschen schreiben, die das anhören, die sagen, ich habe es einmal angehört. Da ging das schon weg. Mir wird es schon besser. Und dadurch, dass man es immer hört, beginnt die Angst, sich zu lösen. Und wenn die Angst sich löst, passiert energetisch im Organismus, das kann man kinesiologisch messen, geht die Schwingung des Körpers nach oben. Und damit bewege ich mich auf eine Grenze, in der ich Mut fassen und wieder denken kann. Auf der Ebene des Angst ist Denken nicht möglich. Also Angst. Wir haben natürlich das ganze Thema Sabotageprogramme. Loslassen. Selbstheilungsimpulse setzen. Alles das spielt da rein. Das Thema Geld, ein ganz großer Bereich. Den Wohlstand innerlich zu erzeugen. Sucht. Auch, gerade das Thema Rauchen, haben wir ein Thema, das sind alles die Themen, die da reinspielen. Super. Ja, das ist ja echt ein Riesenspektrum. Dann gibt es doch aber auch die Möglichkeit, ohne dass man den Ton hört, wie heißt das? Genau, du meinst Silent Subliminals. Genau, ja. Also wir werden da oft gefragt, was ist der Unterschied dazu? Und ich habe ja auch da viele Jahre mit experimentiert. Und Silent Subliminals ist eine Möglichkeit, muss man folgendes erklären. Das heißt, wir hören ja Töne. Und da gibt es ein Spektrum, so von 0 bis, oder ab 20 Hertz hört man Töne. Also ab 20 Schwingungen pro Sekunde. Und da weiß man schon, binauraler Beats wird oft gesagt, du hörst einen Ton. Aber wenn ich eine Frequenz von 3 Hertz habe, ist das schon unter der normalen Hörschwelle. Den könnte ich schon gar nicht hören. Also das sind alles so diese Falschmeldungen draußen, die es da gibt. Aber ab 20 Schwingungen pro Sekunde hört man was. Und das geht beim normalen Menschen bis ca. 16.000 Schwingungen pro Sekunde. Was da drüber ist, bis 20.000, 22.000 Hertz, das hören wir nicht mehr. Das kommt trotzdem im Ohr an. Und wenn man zum Beispiel ein gesprochenes Wort aus dem unteren Bereich auf den oberen Bereich quasi transformiert, dann kann ich das übertragen. Das kommt zwar an, ich höre das jetzt nicht bewusst, aber unser Unterbewusstsein ist in der Lage, das zu dekodieren. Das nennt man subliminale Botschaften. Und wenn ich da zum Beispiel eine positive Botschaft habe, sie zum Beispiel, ich bin toll, ich liebe mich, dann kommt das ständig an und der Verstand kann es nicht ablehnen. Das ist ja das Problem bei Affirmationen, dass wir sagen können, ich habe kein Geld, ich sage, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Und wir fühlen aber, dass das voll gelogen ist. Und deswegen funktionieren Affirmationen ja nicht. Die kippen das so ganz negativ, weil ich mich im Prinzip schlecht fühle. Und das Gefühl ist der entscheidende Punkt. Wenn ich das jetzt über Silent Subliminals mache, dann kommt das hier hin und ich beginne, die Möglichkeit besteht, dass ich beginne, mich reich zu fühlen. Weil ich das beginne zu glauben. Ich habe aber da viel getestet. Der Punkt ist nur, wenn ich finanzielle Schulden, also Druck habe, ich habe kein Geld. Jetzt höre ich mir etwas an, was ich nicht höre. Ich höre das dreiviertel Stunde an. Dann habe ich in dieser Zeit die ganzen Gedanken, habe kein Geld, habe das. Das heißt, in dieser Zeit ist dieses starke Gefühl vorherrschend. Also hebt sich das quasi auf. Ich muss sowieso schon dran glauben, weil wenn ich es glauben würde, brauche ich es nicht zu hören. Ich setze Silent Subliminals trotzdem ein als zusätzliche Verstärkung, wenn ich sowieso in dem Zustand bin und höre, also die Methode, die wir haben, da ergänze ich das mit Silent Subliminals. Ganz positive Botschaften, die zusätzlich ankommen. Und damit bringt es einen enormen Effekt. Wow, also dann integriert noch in die... Genau, nicht bei allen Dateien, aber zum Beispiel beim Schlafen ist es ideal. Das heißt, wir haben eine Audio-Datei, die geht für die, die richtig schlafen lernen wollen, die geht über siebeneinhalb Stunden. Und da höre ich siebeneinhalb Stunden alles positive Dinge. Ich freue mich aufs Schlafen, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich ins Bett gehe. Das höre ich zusätzlich, während ich ja sowieso dann einschlafe. Das heißt, das passt jetzt zu dem, was ich erlebe. Und dann sind Silent Subliminals aus meiner Erfahrung sehr wertvoll. Alleine sind die deswegen schwierig, weil ich ja nichts höre. Ich habe das Gefühl, ich verschwende Zeit und ich habe meine Sorgen im Kopf in der Zeit. Also das ist das, was dann kontraproduktiv ist. Okay, aber gut, die Leute öffnen sich ja für diese Methoden und werden ja sensibler, auch in sich reinzuspüren. Also da verändert sich ja dann schon auch was. Genau. Deswegen ist ja das, es ist ja nicht umsonst, dass wir die Methode so haben, wie wir sie haben, weil das aus meiner Erfahrung das ist, den Teufelskreis durchbrechen. Eben hingehen, gute Informationen reinkriegen, die förderlich sind. Ich nutze die Fähigkeit meines Unterbewusstseins. Und das ist so mächtig. Das wird nur unterschätzt, weil die meisten Menschen gar nicht verstehen, was das Unterbewusstsein ist. Und weil das nicht erkannt wird, gibt man dem so wenig Bedeutung. Das ist so, wenn ich mit Menschen spreche, auch mit Psychologen, ich habe da viele Gespräche. Ja, dann rede ich mit denen, sage ich, was ist das Unterbewusstsein? Das ist meine interessante Reaktion. Das ist völlig diffus. Und deswegen glaube ich auch, dass die klassische Physik auf einem Holzweg ist, weil das entscheidende Element wird außen vor gelassen. Das ist Gott. Und das darf ich nicht außen vor lassen. Und dann habe ich alles Erklärungsversuche, die unnötig sind. Dann wird das mit dem Gehirn und biologischen Sachen. Und zum Beispiel, wir sind eigentlich so wie Oxytocin, Dopamin. Ja, da passiert das. Endorphine, Glückshormone und so was. Wir sind irgendwie auf so eine biochemische Maschine reduziert. Aber ich weiß, dass ich da mehr bin. Ich weiß das von mir. Und wenn ich das natürlich aber so programmiert bin, und wenn ich dann zum Beispiel mich als unvollkommenes Wesen wahrnehme, ich kriege das nicht auf die Reihe, da habe ich Probleme, mit dem habe ich Stress, Beziehung funktioniert nicht. Dann ist das so, dann identifiziere ich mich ja mit dem, was ich bin. Und jetzt habe ich ja eins, ich glaube, ich habe so einen Körper, und der wird definiert durch die Grenze des Körpers, die Haut. Es gibt das, was ich bin. Ich gucke aus dem Kopf heraus, da sind die Augen, ich höre die Dinge. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich gucke aus dem Körper heraus. Den kann ich auch so wahrnehmen, wenn ich drauf gucke, meinen Körper. Und alles, was in diesem Körper ist, bin ich. Und alles, was außerhalb ist, das sind die anderen und die Umwelt. Das ist von mir getrennt. Die Trennung ist da schon drin. Und da kommen mir auch all die Schlimmen drin. Die Briefe, die ich nicht öffne. Der Partner, der mich nervt. Mein Chef, der mich drangsaliert. Alles das ist am Außen. Und irgendwie soll dann in diesem unvollkommenen Wesen, das sich nicht wirklich liebt, das so viel Problem hat, Leben nicht auf die Reihe kriegt, da soll ein mächtiges Unterbewusstsein drin sein, das die Welt beeinflusst. Also da schaltet es ab. Und das ist das, weil man sich da kaum mit beschäftigt, wie das wirklich zusammenhängt. Und aufgrund dessen wird dem so wenig Kraft gewidmet. Wer sich damit beschäftigt, über Mythologie, Quantenphysik, Neurobiologie, neuesten Erkenntnisse, wer sich über all das beschäftigt, erkennt, dass da irgendwas anders zu sein scheint. Wer sich mit Religionen, solchen Dingen beschäftigt, und da erkennt man, dass es offensichtlich ein Schöpfungsprinzip gibt, was in diese Welt hineinwirkt und Einfluss drauf hat. Und wenn das so wäre, ich mache es mal in der Möglichkeitsform, dann würde man die Kraft verstehen. Dann weiß man, das, was sich hier in das Unterbewusstsein hineingibt, und das ist nicht im Körper, das ist ganz wichtig, dann verändert sich die Welt draußen. Dann habe ich Einfluss drauf. Und ich sage das deswegen, weil ich 100 Prozent so lebe und ich das in ganz vielen Bereichen bestätigen kann. Man kann die Dinge erschaffen, die man wirklich möchte. Wo liegen denn deine Herzensthemen noch? Was möchtest du noch mit den B-neuralen Beats erschaffen? Oder wo sind deine Visionen noch? Wo soll es hingehen? Ich mache das ja schon sehr lange. Und ich habe etwas, da glaube ich, ganz tief dran, und wenn man das mal versteht, es gibt eine Geschichte, die kommt aus dem Arabischen. Und da ist ein Mann, der wollte die Welt verändern. Und während er sich mit beschäftigt hat, hat er gesagt, da war ihm klar, er kann die Welt nur verändern, wenn er die einzelnen Länder verändert. Und als er das so gesehen hat, war er klar, das wird er nur schaffen, wenn er die Gemeinden verändert da drin, weil das ist dann kleiner. Und als er das gesagt hat, hat er wussten, er muss erst mal die Familien verändern. Und als er ihm das bewusst wurde, hat er klar gesagt, die Familie kann er nur ändern, wenn er sich ändert. Das war ihm dann so klar, diese Reise. Und das ist ja das, was erkenne dich selbst. Und was ich sehe, was ich für eine Außenwirkung habe, wie viele tausend Menschen uns sich die Webinare anschauen, teilweise in der Woche, wie viel Feedback wir kriegen, wie viele Menschen das ändern, ist das, was ich schon immer wusste. Ich muss beginnen, ich muss es vorleben. Und ich glaube, das ist die Zeit jetzt, und das ist meine Vision, ganz viele Menschen zu erreichen, die innerlich die Ängste verlieren, die aufwachen, die wie ein Leuchtturm das Feuer nach Ausstrahlen andere beeinflussen. Und wer sich mal mit diesen Gesetzen auseinandersetzt, zum Beispiel Morphische Felder, Rupert Sheldrake, der weiß, dass jede Entscheidung, alles, was ich tue, unbewusst auf andere Nein wirkt. Und ich glaube dann, wenn wir das schaffen, genug Menschen hinzukriegen, wird sich etwas ändern, weil von innen raus der Prozess passiert. Und ich habe das mal auf einem Webinar erklärt. Es gab eine Zeit, jemand, Soro heißt der, das war der Erste, der hat sich in den beginnenden USA, hat er keine Steuern bezahlt. Und zwar, weil mit den Steuengeldern der Südstaatenkrieg finanziert wurde. Und er hat gesagt, ich finanziere das nicht, ich zahle keinen Steuern. Und der ist dafür für seine Überzeugung inhaftiert worden. Und er hat aber in dieser Zeit Bücher geschrieben, das nennt man heute ziviler Ungehorsam. Das war der Beginn. Es gibt zwei große Menschen, unter anderem zwei. Martin Luther King und Mahatma Gandhi haben sich von dem inspirieren lassen. Die haben genau das weitergetragen und haben andere inspiriert, haben große Dinge bewegt. Und ich glaube, dass jetzt eine dritte Phase kommt, die noch anders ist. Und zwar glaube ich, dass jetzt jeder, wenn er sich bewusst wird, dass er ein Schöpfer gewesen ist, sagt, ich bin der eine von einer Million. Ich bin schon mal da. Nicht, ich warte, bis die anderen neun nach 99.000 sind, dann mache ich auch mit, sondern ich bin der. Und das ist meine Vision, da Menschen zu erwecken, sagen können, ich bin der eine und da ist noch einer und da und da. Und in der Vernetzung entsteht etwas, was dazu führt, dass auf dieser Welt ein Wandel möglich ist, von innen heraus. Das ist meine Vision. Das ist meine Vision. Tolles Schlusswort. Ganz toll. Ja, dann hoffen wir, dass das jetzt alles seine Wege findet. Und vielen Dank für deine tolle Arbeit. Wenn man sich zum Thema Binaurale Beats noch informieren möchte, wo gibt es da Möglichkeiten? Am besten auf unserer Webseite unter dm-harmonics.com oder, wenn man am Puls der Zeit sein will, einfach über Instagram unter andreas.bernknecht. Da bin ich zu finden. Da mache ich sehr, sehr viel, sehr aktiv und gebe sehr viel Inhalt so kostenfrei raus. Super. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst und bis bald. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können gerne weitere Informationen zu unseren Gästen auf unserer Webseite finden, www.qs24.tv. Ja, da finden Sie viele Interviews. Sie können auch einen Like-Button drücken, dass Sie erinnert werden, sobald neue Videos erscheinen bei uns. Ja, und ein bisschen durchgucken, welche Themen Sie noch interessieren. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.